Und da haben wir jetzt Zeit gegrüßt, meine Zwergen, die wir heute zudenken haben, zu einem neuen Part, wo man jubeligen Juni mit den Zwergen fluchst. Ja, im letzten Part haben wir hier schon versucht, die Tränen darin zu besiegen. Wir haben uns schon durch die Arena durchgeschlagen. Und heute machen wir hier, wir kämpfen, wir schlachten, wir schlechten uns durch den, durch den Arena-Kampf durch. Wir fassen uns einfach so lange, wie es klappt. Ja, kann sein, dass wir heute drei, vier Versuche hier in der Arena fassen. Gucken wir mal, ob wir das hier mal schaffen. Hey, Herr Fulgin. Hm, naja, gut, egal. Habe ich schon mal vorgelesen. Ich habe den letzten Part schon gelesen. So, let's go. Kämpfen gehen sie. Kani, fordere dich raus. Gut, versuch mir mal ein bisschen, Taktische vorzugehen. Ja, mit mir war das Stadte-Dech-Rein. Das war der Plan. Oh, kann das sein, dass das ihr schickt sofort zu Top-Jaf und Pio rein? Ich glaube, ja, oder wie man das ausspricht. Das ist jetzt natürlich Kacke. Das läuft jetzt gerade nicht so toll. Ich habe ein paar Mal lieber dabei. Das kann ich zum Verschaffen. Das ist jetzt natürlich ein Blutlauf, das jetzt bei Wander schon. Ja, gut. Erster Versuch und Pauz. Ich muss dann einfach das Spiel schließen und neu öffnen. Was hoffentlich funktioniert. Dann gehen wir hier. Die ganzen Belieber verbrauchen da. Ja, ich habe zum Glück vorher gespeichert, dass er... Klappt das aber mit meinem... Das sieht gerade wirklich gar nicht schön aus. Es läuft gerade... Ja. Läuft gerade nicht wie du plant. Ich stelle gerade so ein bisschen die Musik leise. Auf meinem Kopfhörer. Ich hoffe, meine Stimme wird es dadurch nicht besser. So. Ja gut, wir haben praktisch schon verkacht. Ich meine... Das lief jetzt hier wirklich scheiße. Ich versuche es natürlich noch weiter, aber es ist... Ja, zwei sind schon tot. Drei sind vielleicht tot. Das hat ja hier schon richtig scheiße angefangen. Grundsätzlich könnten wir das hinkriegen. Das ist machbar. Wenn wir da sich ein Schlittig kehren würden. Wir haben es ja im letzten Part schon fast geschafft. Wir haben ja schon zwei, drei besiegt. Ich glaube, die Elfter hatten wir schon. Im letzten Part. Ich habe jetzt, glaube ich, vier oder fünf BD-Bahn zu. Ja, ich lasse jetzt den ersten Versuch einfach draufgehen. Das ist einfach... Ja. Das... Das läuft nicht. Wir sind immer noch im ersten Part und deshalb ziehen wir es schon weg. Es ist... Ja. Wir könnten es eigentlich nochmal von vorne beginnen. Ja, ich kann ich jetzt schon auch abbrechen und es nochmal mal... Ja, wir haben ja keine Terms verbraucht. Das ist ja... Was ist denn? Äh, Quatsch. Terms. Wir haben noch keine Belieber verbraucht. Wir haben noch keine Belieber verbraucht. Wir haben noch keine Belieber verbraucht. Wir müssen noch nicht schließen und neu öffnen. Ja, das kann jetzt... Das wird jetzt... Diese Runde wird erstmal nix. Das wird jetzt ein CR-Kampf. Das kann jetzt schon ein, zwei Versuche bauen. Macht euch mal auf einen ordentlichen... Part. Oh, nicht ein Kampfes-Part. Fast. Das kann hier ein bisschen dauern. So, das erste Pokémon aber besiegt. Sehr schön. Erfahrens muss man von hinten rein. Ja gut, das wird. Jetzt sind wir... Jetzt sind wir offiziell am Arsch. Das wird jetzt nicht mehr klappen. Ja gut. Auf einmal ist... Keine Pokémon mehr. Alle besiegt. So, na dann. Einmal hier... In die Arena. Dann rennen wir hier nochmal an den Trainern vorbei. Und bahnen uns den Weg. Sorry, meine Eltern. Die müssten ja alle besiegt sein. Zumindest die meisten. Die müssten alle jetzt... Vorbei sein. So, na dann. Auf ein neues... Vielleicht... Vielleicht... Toshimai das Pokémon. Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir Prumpi mal an die Spitze setzen. Dann kann der jetzt erst angreifen. Ein paar Wander tauschen würde er rein. Das wäre die bessere Taktik. So, hier gerade mal speichern. Immer wieder speichern. Damit wir zum Urlaub noch zurücksetzen können. Sehr gut. Na komm. Ein Labernicht. Kämpfer. Ich will dein Pokémon zu erhöhen. Let's go. Let's fight. Zwei blöses Cardi. Na komm. Das Ding schon wieder. Na komm, Prumpi. Hau rein. Ah, Katja. Ist halt gut. Rein zu nehmen jetzt. Na komm. Beim letzten Mal hat es gut funktioniert. Na komm. Jetzt durch. Jetzt durch, Prumpi. Das gehen wir doch hin. Wenn ich das jetzt hinkriegen, dann können wir auf den Kleber setzen. Und so weiter. Ah ja. Okay, dann setze ich jetzt ein. Hm. Nein, nein. Versuchen wir es bitte. Mit mir. Na komm. Ein paar Erfahrungsrunde für dich. Quick Attack. Super Potion. Dreck. So wird das nichts. Ich möchte mir bitte mal ein Bürgerheld. Ach, Mensch. Okay, die Attack bringt was. Sehr gut. Dann können wir die ja nutzen. Durchhalten. Verdammt. Oh, Feier. Markus. Ich schaff's das jetzt mal, deine Attacken anzusetzen. Super Attacker. Come away. Ja komm. Sehr gut. Perfekt. Sehr gut. Erstens, wo man siegt. Ähm, weitergegriffen. Dicht machen wir auch alle. Nord-Orders. Irgendwie auch nicht. Setzt trotzdem die Attacke ein. Na komm. Durchhalten. Na komm. Confused. Ah, Mist. Medizin. Super Potion. Mal ein bisschen Heilung. Halt durch. Haltet mich. Ah, die Attacke ist stark. Nee, Mist. Nee, Mist. Achso, na komm. Sehr gut. Es war ja immer besiegt. Ich hab Beleber im Team. Gut, das kriegen wir hin. Na komm. Beleber im Team. Nee, Belieber. Wolke. Super Potion. Ich muss jetzt die... Alle Karten auf der Wander setzen. Das wird jetzt... Ah, ja, die Attacke. Ach, Teic. Jut. Dann wird es mal Attacke. Jetzt schüttelt. Während ich mal belebe. So, hier. Beleber. Auf Erwander. Die Pumpe könnten auch heilen, aber... Erwander ist jetzt erst mal unser Ass im Land. Das ist zwar sehr effektiv, also sehr anfällig, aber... Wenn wir auch nicht angräfen... Was mach ich denn hier? Keine Wehren. Das muss man loschen. Die Pumpe ist auch wieder geheilt. Das ist ja gut. Nur ordentlich angräfen. Okay, wo war das hier? Vielleicht können wir mit einem anderen Pokémon das schon mal vorschwächen. Ah, die ja nicht. Na komm. Du bist Pumpe, Wander. Gib dein Bestes. Na komm. Die Elft haben wir schon. Sehr gut. Das ist sehr effektiv. Und jetzt halt's durch. Verdammt. Die Elft haben wir schon. So Markus, ich muss jetzt einfach mal als... Wie nennt man das? Also Platzhalter benutzen. Damit ich hier mal... Beleber einsetzen kann. Ich weiß nicht, wie das letzte Pokémon wird, aber... Ich setz jetzt einfach mal alles drauf, Pumpe, Wander zu... ...wieder zu beneben. Okay, leg noch das. Gut, dann kann ich noch ne... ...kann ich noch nen Trank einsetzen. ...kann ich noch mal... ...kann ich noch mal das Pumpe, Wander sich bewährt im letzten Kampf. Und dass jetzt kein Trank eingesetzt wird vorm Gegner. Das ist mir natürlich gut. So. Na komm. Mach's alle. So, na komm. Ach was. Jetzt ignorierst du... Jetzt ignorierst du die... Gibt's doch nicht. Das hätte so gut geklappt. Das hätte klappen können. Hätte klappen können. Top-Beleber machen wir doch nicht. Ach komm. Ja, mit Modi. Ich weiß nicht. Hm. Quatsch. Theoretisch kann das klappen mit den Belebern. Kahlwander. Ich helge glaube ich gleich noch, wenn das Modi aushalten sollte. Tut er nicht. Wenn ich jetzt Pumpe noch geheilt. Au, Kacke. Ich muss ja... Medizin, Dispropotion. Ich hätte gesagt sofort angreifen, aber... Okay, halt, hat Mist. Das ist gut. Und jetzt, noch rein. Ach, was soll denn der Scheiß? Das Geräusch da nicht. Und jetzt... Ach, komm. Das wäre möglich gewesen. Hätten es geschafft. Ach, Dreck. Ich versuche noch ein weiteres Mal. Na komm. Wir haben wieder eine Beleber. Ich habe nochmal geschlossen. Ich wüsste mal jetzt wieder volle Power haben. Na komm. Mit ein bisschen Taktik. Mit ein bisschen Tick-Tack. Müsste ich das schon. Müsste ich das machen. Jetzt wird noch jemand anders an der Spitze sitzen. Und hier an dem... Können wir vielleicht später noch... Oh Gott. Na komm. Ich muss hier ordentlich auf der Beleber sitzen können. Ja. Ich bleib blöd, wenn er nicht geräuscht. Das ist halt die Scheiße. Ich habe halt erst... Ich habe halt erst zwei Orten. Daher. Ich hätte auch hier einfach einen Beleber... einen Trank einsetzen können. Aber gut. So Spark. Na komm. Jetzt wirklich. Nein. Kacke. Hält ja sich einfach wieder. Du darfst dich nicht heilen. Halt's durch, Nenni-Nein. Super Burschen. Raum. Jetzt ist irgendwie umsonst gestorben. Was zum... Ach, Schreck. Damit hat er jetzt gar nicht gerechnet. Okay. Vielleicht könnten wir Nenni-Nein-Nein hierhin. Nenni-Nein-Nein das jetzt gewappen. Das Spark funktioniert nicht. Na komm. Sehr gut. Nenni-Nein ... Ahern. bald jetzt macht sich so viel kümmern in einem weiterkämpfen das ist der effekt verdammt ja gut ich würde sagen kann da auf geht's jetzt gehe ich mir bitte steht immer Aber dann sitzt doch trotzdem einer. Das ist ein spannender Kampf. Oh ja, ja, nicht durch. Ah, er liebt noch. Er liebt noch. Los, Drank. Ja, wir haben noch vier Belieber. Sind... Kein Wanderer. Na komm. Durchhalten jetzt. Das war wohl nix. Der braucht wohl wieder einen Belieber. Ach, verdammt. Ich versuche mit ihm mal zu kämpfen. Aced. Versuchen wir es mal. Na komm, das muss doch... Das muss doch möglich sein. Okay, er hält auch nicht viel aus. Ja, einmal kriegst du einen Trank. Ja, es ist sinnlos, den Trank zu verschwenden. Ach so, wir müssen aufpassen mit unseren Tränken. Ja, wird es Zeit für die Belieber. Mr. Iszeit. Ach, das läuft doch wieder nicht. Ach. Ach, Kater. So, aufpassen auf wenigste Einsätze. Herr Wanderer. Komm, halt durch. Sag, halt durch. Was ist denn hier los? Hm. Wir haben keine Chance. Wir haben schon verkackt. Hm. Wir haben keine Chance. Wir haben schon verkackt. Ach, Dreck. Ich versuch's heute ein paar Mal noch. Ich versuch's. Ich versuch's. Ja, es aber verliere ich den ohne, aber... Es ist, glaube ich, der dritte Versuch jetzt insgesamt der vierte. Ach ja. Wir hatten's doch im zweiten Versuch jetzt schon fast. Wir hatten's schon fast. Ja, wir müssen doch vielleicht noch auf-screen trainieren. Wir müssen vielleicht doch noch. Wir müssen vielleicht doch noch auf-screen dran. Na, 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 na. Auf-screen-training. Auf-screen-training. Das würde sagen. Auf-screen-training müssen wir noch machen. Da ohne... Jetzt nur mit zwei Wanderer sind wir ordentlich. Ja, das bringt auch nix mehr. Und wo keinem mehr Abend mehr heilen kann. Ja. Wenn man nicht immer weiterkommen ist, muss man das jetzt in der Display beenden. Dann war das ein schönes Display bisher, aber... Ja, ich kann auch auf-screen-training weitermachen. So sieht's nicht und so ist's nicht, aber... Ist auch mühselig, das auf-screen-training. Gut, Hälfte geschafft, aber... Ja, die andere Hälfte... Ja, mehr als die Hälfte. Muss man schon sagen. Den haben wir ja auch schon angefangen. Na komm, vielleicht... Wenn wir das jetzt rein holen. Er lebt noch. Verdammt. Scheiße! Okay, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Hoffnung. Das war's. Das war's. Und weil... Das werden doch Topfbelegungen. Das war's. Na komm, hält's durch. Setz du nicht diese Attacke ein. Ich setz jetzt einfach da rauf. Hypertank. Na komm, jetzt muss anders sein. Attacken ist das gut. Jetzt können wir... Sehr gut. Dann sehen wir jetzt das letzte Pokémon. Na komm, na komm. For a while. Das kann ja was werden. I kept the best for last. Wie können wir das jetzt schaffen? Na komm. Na komm. Das ist ja nice. Halt durch, halt durch, halt durch, halt durch. Attacken ist... Ja, nice. Na komm. Turned away. Na komm, na komm, na komm. Aushalten. Das ist dein Befehl. Na komm. Na komm. Trank einsetzen. Noch hab ich Tränke. Lieber bringen jetzt nichts mehr. Halt durch, halt durch, halt durch, halt durch. Halt durch, halt durch. Nein. Dreck. So kurz vom Ziel. So kurz. So knapp. Ach komm. Wir hatten's doch schon. Wir hatten's doch schon. Es ist machbar. So einen Versuch können wir noch wagen. Einen Versuch, dann haben wir auch die Partlinge erreicht. Für Versuche. Ja. War aber heute spannend, dass wir jetzt hier wirklich... sind. Dann geht der Endstrich her. Es wird ein knapper Kampf. Für den vierten Orden. See schwarz. Und... Kommen wir wenigstens ein bisschen weiter. Haben wir noch ein paar Parts. Achso. Wir werden sofort kämpfen. Das ist unsere Chance für ein Pumpi das schafft. Der ordentlich Vorarbeit leistet. Hält durch. Hält durch. Hält durch. Sehr gut. So Medizin. Wir ziehen. Bis hier wird der Pumpi mal hellen. Wir haben's beide Seiten. Gut. Na komm. Durchhalten Pumpi. Die Macht ist stark in dir. So. Deminziehen brauche ich eigentlich für den letzten Kampf. Miteinander. Na gut. Na komm. Dich krieg ich. Dich krieg ich. Na komm. Sehr gut. Hält durch. Hält durch. Hält durch. Zähne ist. Punkt Setup. Mist. Ach, den Packer. Überpotion. Päh, Päh, Pau, Paution. Um Verheben. Und angreifen. Bäh! Sehr gut. Sehr gut, Pumpi. Gute Arbeit. Gute, gute Arbeit. Zurück, Eckrater. Ich gehört sie auch schon mal ein bisschen vorwett nächsten. Na komm, er ist durch, na komm. Sehr nice. Dann stehen jetzt reelle Chancen für uns. Und er hat sehr gut vor Arbeit gelästet. So, die anderen lassen sich jetzt mal aus dem Spiel. Ah, dann da. Na komm. Das muss doch jetzt. Das wäre ein krönender Abschluss des Parts. Und das wird schon wieder. Das wäre ein gutes Ende. Lass es bitte so enden. Lass uns bitte sich gleich aus dem Kampf hervorgehen. Ach komm. Lässt er sich hier besiegen. Das wäre ein cooles Bild gewesen, wenn wir jetzt im ersten Versuch hier... Und mit den Lern können wir auch kämpfen. Na komm, Spark. Sehr nice. Hälfte geschafft. Das Team ist noch einigermaßen funktionsfähig. Über 22. So weiter können wir versuchen, was war mit den Lern. Okay, ja hier. Das ist wahrscheinlich gleich schon zu Ende. Ja, stimmt. Und... Ja, genau. Wird sich von dran putzen können. Von Belieber. Kleiner Fehler in der Schnür. So, jetzt aber. Ich habe Hoffnung. Belieber. Auf Palwander. Sehr gut. Das ist sehr gut. Sehr gut. Mit der Mist. Das ist sehr gut. Und... Trank. Ja, Super Potion wird reichen. Auf Palwander. Sehr gut, Palwander. Das ist wieder ein entsetzlich. Kampfesfähig. So, dann versuch es mal. Pound. Sehr gut. Und... Verkackt. Durchkämpfen kann. So, Pound. Mal, wenn man jetzt kommen. Jetzt geräusche. Geräusche, die für nicht. Das wäre ernsthaft. Im normalen Trainer kämpfen kannst du mal nicht geräuschen. Du musst jetzt reinhauen. Dann komm. Sehr gut. Und dann... Kommt der letzte Streich. Das war der dritte Streich. Und der vierte Pult zugleich. Na komm. Das kriegen wir jetzt hin. Wir haben noch ein paar Belieber, aber wir können noch... Sehr gut. Come away. Der Sieg ist nahe. Wir kriegen es hin. Halt's durch, mein Wander. Welch kriegst du so jetzt hin? Na komm. Na komm. Na komm. Come away. Nice. Nice. Geschafft. Wir haben es geschafft. Das war das letzte Pokémon. Es wäre gedefeated. Wieder Cardi. Das war ja ein mühsamer Kampf. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. War doch ein toller Part. Sehr spannender Part. Haben wir jetzt hier... ...gekämpft und gekämpft und am Ende gesiegt. So muss das sein. So kann der Part enden. Du deserved it. Absolut. Sehr gut. Deswegen geht siegreich aus dem Kampf die Arenaleiter Nummer 3 hervor. Und... ...bekommt den dritten Arena One. Sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und wenn wir den vierten jemals hinkriegen. Das ist eine andere Frage. Aber... Wir haben erstmal den dritten Runden. Three Banches. Sehr gut. Sehr toll. Zu Tm. Nehmen wir gleich mal ein. Nehmen wir gleich mal den... ...Wasserbockern bei. So, wo ist mein Tm-Börter? Da wird der Fett-Sprück im Gezelt. Das war mal das Rock Smash. Recycle. Waterpulse. Das kann der gebrauchen. Able. Sehr gut. Wie hat er immer vergessen? Hm. Waterpulse hat 60. Eigentlich Pfund. Ja. Pfund. Aber die einzige normale Attack war verlernt. Nur ein Waterpulse. Sehr gut. Na dann. Stell ich mich hier mal raus. Aus der Arena. Haben wir's geschafft. schnell zum Pokémon-Center. Pokémon-Team heilen. Geht's weiter mit der Story. Sehr gut. Geht's weiter voran im nächsten Part. Kommen wir weiter. Mal am Teuer. So das Team hat die Heilung verdient. Hat's ordentlich gekämpft. Ja. Dummchen nach oben sollt euch das im Ort gefallen haben. Lasst ein Abo da oben neu sein. Und die nächsten Part nicht verpassen wollt. Ja. Man sieht sich. Bin nicht happy, dass ich es geschafft habe. Die dritte Ohren ist meiner. Jut. Na dann. Abo da oben. schau. Schau reise. No. Não. Anna.